Verdammt, oh cool. Wie habe ich das jetzt hinbekommen? Als würdest du mir entkommen, Junge. Ehrlich mal. Was denkt der denn, wer er ist? Wer schießt denn noch hier? Hä? Ach da. Die Penisnase. Was höre ich hier glitzern? Etwa ein Schatz? Jawohl, da haben wir doch was. Was ist denn das? Eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe vor allem auch. Alter Schwede. So, dann wollen wir mal sehen. Oh, verdammt. Geil. Direkt geklappt. So. Was haben wir denn da drin? Wieder schön coole? Jawohl. Zehntausend. So muss das aussehen. Genau so. Ach komm. Hui. Habe ich den Commander schon erledigt vom Vor? Muss ich nur noch das anzünden hier? Das Feuer sah gerade richtig geil aus. Oh yeah, das hat ja noch Stil. Auch wenn der Sound etwas eigentümlich war. Na egal. So, hier rein und da ist die Flagge. Irgendwo. Wo ist denn... Ach, im Haus? Oder was? Ne. Da ist doch noch so ein Pimmelgesicht. Wo ist denn der? Egal. Der wird jetzt eh erstmal abgeführt. Denn wir haben das Fuhr eingenommen. Oh, sehr schön. Das war doch spaßig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann muss ich... Dann will ich gleich mal... Vor allem sehen, was noch so anliegt. Den Norden dürften wir jetzt so ziemlich durch haben. Fort Division gehört jetzt den Patrioten. Sehr gut. Ach, wollen die mich hier etwa einsperren? Können die ja gerne versuchen. So. Da ist eine Einmalnachseite. Die schnappe ich mir gleich. Aussichtspunkt, Einmalnachseite, Aussichtspunkt, Kiste. Oha, da gibt es noch vieles zu tun. Ich habe 30.000. Das gefällt mir richtig gut. Damit kann ich richtig schön viel machen. Ich hole mir an dieser Stelle allerdings erstmal ein Pferd. Und gucke vorher nochmal, ob ich mich da nicht in die Nähe teleportieren kann. Aber es sieht schlecht aus. Sehr gut. Auf, auf! Ja, so ist das auch viel angenehmer. Oh, ist hier ein Schnellreise-Ding. Müsste doch eigentlich, oder? Ah. Und zack. Aber ja, der hat nichts mehr zu lachen. Ja, gern geschehen. Ich habe auch was davon. Wenn der Professor nicht zurückkommt und meiner Familie droht. Gemüse hatte der bei sich. Igitt. Ich hasse Gemüse übrigens. Ich esse wirklich gar kein Gemüse. Das ist... Ja. Für mich nicht wirklich ein Problem. Aber... Hat seine Gründe. Ähm... 100 Meter. Gut. 150. Ob ich hier schon so auf die Dächer gehen sollte? Das ist wahrscheinlich noch ein ganzes Stück. Ich mache es später. Ja, genau. So. Hier hoch. Und dann mal schauen, ob wir die gleich beim ersten Versuch kriegen. Ich habe keinen Bock, da jetzt mehrfach zu versuchen, die zu bekommen. Ach, scheiße. Jawoll. Wow. Geile Landung, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, soll ich jetzt mal hier Drucker... Ich weiß gar nicht, was habe ich für einen Bekanntheitsgrad überhaupt. Null. Wieso sollte ich in den Drucker gehen? Hm. Hm. Ich gucke mir das mal an. Man kann ja auch hier seine eigene Propaganda drucken und so. Meinten die ja. Gucke ich mir mal an, was ich hier machen kann. Gar nichts. Geil. Hat sich voll gelohnt. Naja, dann... Markiert ist... Der nächste Aussichtspunkt. Ach, der ist direkt hier. Das ist ja schön. Was glitzert hier? Geglitzert irgendwas. Was will ich haben? Eine Schatztruhe. Sehr gut. Die ist unten, oder? Ja. Ja. Okay, ich dachte, hier oben wäre einer. Wie soll ich jetzt hier... Ach, da vorne. Oh, na dann. Und es geht runter. Und zwar da. So, was haben wir denn hier alles Feines jetzt? Eine Schatztruhe. Meine Schatztruhe. Och, und da oben ist wieder Befreiungsmission. Na gut. Was getan werden muss, muss getan werden, was? Schloss knacken. So. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Nein! Ja, schön langsam. Jawohl. Und damit habe ich es. Jetzt kommen nochmal 10.000 so richtig geil. Französische Taschenpistole. Uh, 750. Naja, wenigstens eine neue Waffe. Ich gucke mir sowieso mal alle Waffen an demnächst. Und suche mir da eine geile raus. Macht ihr das mal? Ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja. 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 Leckt mich doch am Arsch. Ja, das war richtig heftig Okay Man hat einen neuen Rang erhalten, okay Und wie? Soll ich das jetzt da irgendwie? Fähigkeiten Ah Okay Okay Quebec Der Quebec-Akt Ja, komm Kriegst du hin, ne? Ja 10 Minuten Schwierigkeit 3 3 1 New Hampshire Wähle Freiheit oder Tod Oder wie war noch gleich der Wahlspruch? So Da oben, sagt er Das hat's voll gebracht Entschuldigung Mach mal Platz Ah, das ist glaube ich Eine scheiß Position Ah, sehr gut Sehr, sehr gut So Oh, da ist ein Laden Da ist ein Laden Gut, erstmal die Befragungsmission Und dann der Laden Alter, was der für Sprünge machen kann, ne? Ezio und Altair hätten da längst Schaden genommen Aber er hat's drauf Er ist irgendwie so Also er hat nicht den, ähm Skill, sag ich mal Von, ähm Ezio und nicht irgendwie so Die Weisheit von Alter hier Ich weiß nicht Irgendwie ist er so Naja Bob Bisher Kann ja noch werden Ja, kümmere ich mich drum Ja, kümmere ich mich drum Ankommen Ja Von wo aus kommen sie angekackt Da kommt einer Da kommt einer Alter, wie ich den weggeschleudert hab Einfach nur Ach komm Das heißt jetzt gebraucht, was? Dafür kriegst du richtig schön aufs Maul So Kommt gleich Kommen gleich die nächsten hier an Da Hui Wo es regnet So ein typisches Wetter Ja, gern geschehen So Ne neue Befreiungsmission Ne, erstmal der Laden Gemischtwarenladen Neue Waffen Eventuell Ich hab ja jetzt Kohle ohne Ende Und ich kauf mir die ganzen Karten von New York Wenn es die da gibt Mit den einzelnen Federn Und So Ne Was soll ich? Soll ich nicht? Ich soll Alter, bis sie das gemerkt haben Sind schon drei von denen tot Oh, verdammt Verdammt Wo kommt die denn schon wieder her hier? Mann, Mann, Mann Ach komm Leckt mich doch Beeilung, Leute Er treibt nur Spielchen mit uns Ah, ein schönes Machen Mhm Na, verdammt Scheiße Ach, die kommen nochmal zurück Okay Und jedes Mal wird's Einer weniger Na Dann nicht Ich hatte keinen Bock Dass da wieder Tausend und einer Ankommen Kann man mehrfach? Tatsache Moment Ja Cool Sehr schön Dann ab zum Gemischtwarenladen Was ist das da für eine Flagge? Achso Achso Das ist der Gemischtwarenladen hier Ich kann eigentlich nochmal ein bisschen was hier Das hab ich wieder mal völlig außer Acht gelassen Geschäftsbuch Lager Herstellung Handel Herstellung Was kann ich denn herstellen? Plan auswählen Kriegstommer Oh, gut